In einem Film aus den frühen 50er Jahren wird der Dampfbetrieb dieser Zeit gezeigt. Von der Scheibe in Hamburg-Altona rollt 03 263. Sie wird den F-Zug Hanse-Ard bis nach Köln befördern. Über sechs Stunden ist der Hanseat von der Elbe bis an den Rhein unterwegs. Es grüßt der Kölner Dom. Die Weichen für ein modernes Fernschnellzugnetz sind gestellt. Durch ganz Deutschland rollen die F-Züge mit so klingenden Namen wie Merkur, Sachsenross, Dompfeil, Glückauf, Schwabenpfeil, Münchner Kindl, Gambrius, Lauer-Enzjan und viele andere mehr. Unterwegshalte sind nur in größeren Städten vorgesehen. Mit dem F-Zugnetz gelingt es der DB, im Geschäftsreiseverkehr eine wichtige Rolle zu spielen. Musik 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 Eine wichtige Magistrale ist die Rollbahn zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet. Drei F-Zugpaare rollen hier. Der Hanseat, Merkur und Domspatz. Es ist die große Zeit im Dammschnellzugdienst bei der DB. Auch die Baureihe 013 ist mit von der Partie. In Köln bespannt sie den Dompfeil nach Hannover. Köln bespannt sie den Dompfeil nach Hannover. Die Dompfeil nach Hannover. Die Dompfeil nach Hannover. Die Dompfeil nach Hannover. Die Dompfeil nach Hannover.